Hallo, liebe Fußballfreunde. Hallo, lieber Bayern München. Bundesliga 2022-2023, vierter Spieltag. Bayern München gegen Borussia München Gladbach. 1 zu 1. Bayern München Startelf. Manuel Neuer, Bafart, Uba Kano, Hernandez, Davies, Kimisch, Serbiceach, Coman, Sani, Thomas Muller und Mané. Rosia München Gladbach Startelf. San Somer, Schalgi, El Takira, El Fadi, Nitz, Gramer, Neuhaus, Kone, Hofmann, Plea, Turam. Viel Spaß von dem Video. Viel Spaß, lieber Bayern München. Fans.